Junge ich dachte er springt hier hoch so was geht ab und zwar probieren wir jetzt mal so ein trend aus wo sogenannte next bots einen hinterher rennen ich habe jetzt einfach mal um den absoluten hype mitzunehmen die backrooms genommen und lasse gleich obunga spawnen aber davor muss das ambiente stimmen oh ja schon besser und zwar ich habe ein paar bots schon mal geholt werden nicht alle in der folge kommen aber den ein oder anderen kann man ja schon mal sehen und zwar haben sie immer noch haben die eine bestimmte ki dass die halt die map erkennen und einheit durch die ganze map verfolgen und das ist gerade so ein bisschen im hype und den hype nehme mich mit mit meinen fünf zuschauern die ich noch habe und ja ich will ja okay ich dachte vielleicht ich will jetzt mal richtig rennen jetzt mal richtigen sprint hinlegen jetzt habe ich mir ein parkour mod noch geholt dass ich mich dann beim lauf noch so cool umdrehen kann und so oder k erst da da muss ich das nicht immer so individuell machen ok 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 kommt das war krass ok war der obunga als weg obunga als richtig weg aufräumen spawnen mal lieber ihn hier hello my friend oh nein aber irgendwie ist es halt so gar nicht gruselig wir ändern gleich mal die map etwas los ein paar also kann ich rieche moment aufbauen hier wechseln wir mal die map irgendwas was gruselig ist täter sei lang da sehe ich uns bauen wir den guten jungen hier okay wir müssen erst mal erst mal muss er lernen der junge muss erst mal alles anschauen lassen dass man machen und nehmen wir noch den backroom smiler und er kann schon der hat schon bock dann kommt er jetzt auch noch mal warum ich dachte er springt hier hoch als ob ich mich da vorher schrocken ab warum sind die türen unsichtbar ja was habe ich für den sprung hingelegt nein warum sind die türen unsichtbar und hier durch natürlich die unsichtbare tür oder sehe ich die schon da hat doch gerade gewartet warum sind die türen alle unsichtbar da liege ich unsichtbare tür wir sind wieder er hat gewartet er hat gewartet scheiß camper das kann das kann noch wildes machen oh ja die stadt von cry of 4 ist doch dafür gemacht verursacht hier nichts probleme das sieht doch creepy aus ich habe sogar das player model vom cry of 4 charakter wer soll es werden sense obunga erstack lassen wir ihn da seine musik spielen monte hebe ich mir für wann anders auf und monte kommt später bald die ja der ist noch viel zu schnell let's go camping du hast mich abgekämmt aber auch gefühlt einen millimeter neben mir gespawnt mich hier gekillt ich höre ihn wenn ich hier dann vor kann ich nicht dran vorbei ich bin da dran vorbei ist er in der wand krassen walljump oder so ja du wixer ja du wixer map wechseln map wechseln oh ja das hier sieht doch einsam und alleine aus hey wer ist hier mich mehrere von allen seiten verfolgen da monte ist direkt auf jagd auf irgendwas gegangen aber was denn und nehmen wir noch mal in den grün jung let's go ich habe monte ganz kurz gehört ich glaube monte ist in der richtung ich da nicht rüber wir nehmen die treppe okay er ist da er ist da er ist zu schnell ich muss walljumpen weil dann krieg ich movement speed oh 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 monte campt uns ab er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er hat uns gespottet er kommt oh nein oh oh fuck ich bin fucking sheld ich muss nicht auch run oh einfach nur krass einfach nur krass oh einfach nur krass er wird lauter ich hab's auch gewusst ach kylo ich dachte er hat mich erwischt oh alter jetzt der monte ist überall excuse me sir can i help you oh wir haben wir ok er ist wieder im spiel er ist wenigstens nicht so abgefuckt schnell ah ok er hat's abgegeben oh monte ist schon wieder da ich muss jetzt oh oh ich muss ja auch run oh oh fuck voll ja ok i one hitted mich nicht monte ist zu schnell monte ist zu krass oh oh ok wacke ich kann ja nicht richtig an der wand oh nein muss ich zwei outrun oh zack das war krass oh oh ich bin krass mein auge juckt mein auge juckt kann ich da nicht rüber klettern nein okay ich würde sagen das war's mit der folge von next bot wird's nochmal eine folge geben weiß ich nicht wird jemals nochmal ein video kommen weiß ich nicht aber das war's mit der folge monte willst du noch was sagen als im monster das war's mit der